Die meisten von uns tragen ihr Geld ja noch ganz altmodisch und analog in einer traditionellen Geldbörse mit sich herum. Die Zukunft, die ist aber digital. Dann wird die Brieftasche so ausschauen. Das Handy als Zahlungsmittel. Die Währung, sogenannte Bitcoins. Die digitale Internetwährung hat einen echten Boom ausgelöst. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert nämlich vervierfacht. Das klingt jetzt einmal nach einem ziemlich tollen Geschäft. Trotzdem warnt die Finanzmarktaufsicht vor dem digitalen Geld. Warum das so ist, erklären Lisa Lindh und Günther Kugler. Lust auf eine Ausfahrt in einem Tesla? In einem hippen Modell S oder gar im luxuriöseren X? Die Wiener Firma Greenride macht es möglich. In der Variante Leihauto, als Flughafentaxi oder auch als Special VIP Transfer. Gut, günstig ist das Vergnügen nicht. Aber immerhin ist man umweltfreundlich unterwegs, weil ausschließlich im Akkubetrieb. Und bezahlt werden kann ab Herbst auch mit, naja, Bitcoins. Einer virtuellen Kryptowährung also. Warum macht man da mit? Aus dem Grund, weil wir eine Zielgruppe dafür gefunden haben. Eben alle, die auf diese innovative, digitale Währung setzen. Es gibt Kunden, die das nachfragen. Genau, also es gibt Kunden, Tesla-Kunden, die lernt man halt sehr schnell kennen, weil wenn man gemeinsam ladet, kommt man oft ins Gespräch. Und natürlich fragen die dann, wie schaut es eigentlich aus bei euch mit Bitcoins. Und jetzt haben wir eben die Entscheidung getroffen, wir ziehen das durch, wir machen damit. Über 100.000 Österreicher beschäftigen sich schon mit dem System Bitcoin. Das sind Schätzungen, virtuelle Schätzungen, wie unser Experte von der österreichischen Nationalbank meint. Denn alle Kryptowährungen, und davon gibt es aktuell schon mehr als 800, laufen ausschließlich online, bis Bargeld ins Spiel kommt. Bitcoin kann man sich wie ein Computerprogramm vorstellen, das so ähnlich funktioniert wie ein virtueller Automat. Den hat sich jemand ausgedacht und ins Internet gestellt und befüllt mit einer Menge von selbstgebastelten Chitons, auch virtuell. Und den hat den Automat mit der Regel versehen, spuck alle 10 Minuten einen solchen Chiton aus. Den Saft zum Betrieb, den dieses Automaten-Ding braucht, erholte sich von Freiwilligen die Computerkapazität übers Internet bereitstellen. Um das Werkler am Rennen zu halten. Und die machen das, weil sie hoffen, in den Genuss einer solchen Chiton-Ausschüttung zu kommen. Weil alle 10 Minuten wird im Losverfahren ermittelt, wer von diesen Leuten, die Computerkapazität bereitstellen, den jeweils neuesten Chiton kriegt. Der Kurs richtet sich nach Angebot und Nachfrage, je nach Tagesauftreten von wer hier kaufen und verkaufen will. Es gibt keinen Ausgeber, der hier irgendeine Garantie, was das wert ist, heute oder morgen abgibt. Oder sonst irgendeinen Betreiber von dieser Sache, die rein dezentral organisiert ist. Das System Bitcoin ist also ein Computerprogramm. Der oder die Entwickler firmieren unter dem Künstlernamen Satoshi Nakamoto. Wer dahinter steckt, ist aber unbekannt. Jeder Nutzer ist mit seinem Rechner Teil eines großen Netzwerks. Alle 10 Minuten wird ein neues virtuelles Bitcoin produziert und unter den Nutzern verlost. Jetzt kommen Tauschbörsen ins Spiel und damit echtes Geld. Es werden zum Beispiel Euro in Bitcoins gewechselt, je nach dem aktuellen Kurs. Jeder Nutzer speichert seine Bitcoins in einer elektronischen Geldbörse, zu der nur er das Passwort kennt. Wird dieser Schlüssel verloren oder ausgespäht, ist das Geld verloren. Wird im Internet mit Bitcoins bezahlt, bleiben Zahler und Empfänger weitgehend anonym. Falsch überwiesenes Geld kann nicht mehr zurückgefordert werden. Und es gibt keine aufsichtsrechtliche Kontrolle über das System. Im Fall eines Missbrauchs kann auch niemand verklagt werden. Alles anonym, alles dezentral. Ein System, das funktioniert, wenn alle ehrlich sind. Aber wir sind im Internet unterwegs. Der Begriff der virtuellen Währung ist ein sehr gefährlicher Begriff. Bei Bitcoin handelt es sich um keine Währung wie beim Euro oder Dollar, sondern es handelt sich um eine Ware. Was ist der Unterschied zwischen einer Währung und einer Ware? Eine Ware kann jeder kaufen und verkaufen, ist nicht geregelt. Es gibt auch keine Sicherheit. Bei einer Währung gibt es Sicherheit. Da gibt es dahinter eine Regulierung. Dahinter gibt es Notenbanken, die aufpassen, dass kein Missbrauch passiert und dass das Ganze stabil bleibt. Das Geldmuseum der Nationalbank, eine neue Ausstellung. Titel Vernetzt, verbunden durch Geld. Die Geschichte ein Spiegel der Neuzeit. Wer Münzen prägt, Geld schöpft, der hat Macht. Das ist der Duft des Geldes. Star der Ausstellung, der Reiter-Guldiner-Orden von Kaiser Maximilian I., auf dem erstmals der Begriff Europa auftaucht. So groß war das Habsburger Reich im 16. Jahrhundert noch gar nicht. Münzen haben seit jeher auch eine Botschaft. Die wurden an sich schon von Beginn der Münzprägung an, vor ungefähr 2500 Jahren, als Kommunikationsmittel aktiv eingesetzt. Also lange vor Facebook, Twitter und Co. Die Herrscher haben damit versucht, ihren Machtanspruch darzustellen und eben auch die Kontrolle über Wirtschaftssysteme zu erlangen. Weil Geld Münzen prägen, Geld Scheine drucken ist ein Ausdruck von Macht. Ja, das stimmt. Auftritt Georg Pölzl. Der Chef der österreichischen Post AG kann eine passable Halbjahresbilanz präsentieren. Das schwächelnde Briefgeschäft wird durch neue Kooperationen kompensiert. So werden etwa in allen 1800 Filialen seit Monaten gemeinsam mit dem Start-up Bitpanda Gutscheine für Bitcoins verkauft. Gegen echtes Geld, versteht sich. Wir sind in Österreich. Während die Finanzmarktaufsicht davor warnt, macht die halbstaatliche Post ein Geschäft. Wie viele Bitcoins haben Sie denn schon verkauft? Wir geben hier keine Zahlen bekannt, aber das ist sehr gut angelaufen, das Geschäft. Also die Bitcoins wurden gut angenommen von unseren Kunden. Und ich würde sagen, wir haben praktisch das Jahreseinziel schon erreicht. Also diese Vertriebsziele, die wir so hatten. Das ist auch ein neues Feld, aber es ist sehr gut angekündigt. Wie wollten die Vertriebsziele? Die geben wir nicht bekannt. Hier ist auch mit unserem Partner Stillschweigen vereinbart. Zurück im Geldmuseum. Die Münzrechte, die seinerzeit von den Herrschern vergeben wurden, waren explizite Privilegien für treue Fürstenhäuser. Ansonsten wurde Falschmünzerei streng bestraft. Aber just ein Adelsgeschlecht aus unseren Breitengraden hielt sich nicht daran. Die Babenberger. Auch sie erlagen dem Duft des Geldes. Die haben einfach aus ihrer Position als Markgrafen mit der Begründung, sie sind an der Ostgrenze, sie müssen die Grenze des Heiligen Römischen Reichs gegen die Ungarn sichern und haben dadurch höheren Geldaufwand und die halt einfach aus eigener Machtvollkommenheit zu prägen begonnen. Passiert ist nix? Passiert ist nix, nein. Geldschöpfen einst, Geldschöpfen heute. Außerhalb aller Regeln. Haftet nicht auch Kryptowährungen wie Bitcoins im Kern etwas Herrschaftsloses, Anarchisches an? Ja, das System ist explizit dafür designt, eine Welt mit einem Zahlungsmittel oder einem Objekt zu versorgen, in dem man niemandem vertrauen kann. Insbesondere nicht dem Staat, der Zentralbank und der Bankenwelt. Tatsächlich schwankt der Kurs der Bitcoins extrem. Im Moment befindet sich die digitale Währung im Höhenflug. 2010, als der Handel langsam anlief, war ein Bitcoin 5 Cent wert. Heute sind es 3500 Euro, dreimal so viel wie eine Unze Gold. Nach Streitigkeiten haben sich einige Entwickler abgespalten und das Konkurrenzprodukt Bitcoin Cash gegründet. Die Nutzer müssen selbst entscheiden, wem sie vertrauen. In dem Umfeld von Bitcoin passieren verschiedene Sachen. Wir wissen, dass Bitcoin verwendet wird im Darknet auch für kriminelle Aktivitäten. Wir wissen, dass andere virtuelle Währungen bereits zusammengebrochen sind, sich als Fake herausgestellt haben. Wir haben bereits vor einem Jahr zum Beispiel vor einer Währung namens Warncoin gewarnt. Mittlerweile wissen wir, von 260 Millionen Euro, die hier eingesammelt wurden, sind nur über 30 Millionen auffindbar. Zurück zu unserem Tesla-Vermieter. Er kann bestätigen, was ohnehin nahe liegt. Der typische Nutzer von Kryptowährungen ist technikaffin, eher jünger, eher männlich. Und Firmen, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren, positionieren sich als modern und hip. Übrigens, das Modell X, mit dem ECO mitfahren darf, kostet 440 Euro pro Tag. Doch wie viele Bitcoins würden uns dafür abgebucht? Also das kommt immer auf den Tageskurs an. Also natürlich wird man dann betrachten, was ist gerade der Tageskurs, was ist der aktuelle Kurs, wo der Kunde eben zahlen würde. Wir würden das mit einem Vergleichsportal natürlich vergleichen. Und genau anhand diesem Kurs würden wir eben das berechnen und dem Kunden einfach dann die Rechnung stellen. Das ist sie also, die schöne neue Welt. Wir zahlen nach Tageskurs. Mit vollem Risiko bei uns. Der Kunde kann gewinnen, er kann aber auch verlieren. Da ist er wieder, der Duft des Geldes.